Jetzt! Das wird schon werden, Schatz. Oh nein! Gehört das dazu, dass sich das Boot mit Wasser füllt? Und jetzt ziehen! Hurra! Du und der Kleine zuerst. Oh! Alles in Ordnung? Solange der Kleine Tjuri Spaß dabei hat, ist alles gut. Astrid! Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Godric! Zieh! Schnell! Oh! 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 Ah! Benutz den Stab, damit hättest du das Gleichgewicht. Mick Hänger, hat doch mit an! Das war ja unglaublich, fast so als wären wir geflogen. Ha 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 ha! Liebling, den Göttern sei Dank, ihr seid in Sicherheit!